Hey Leute, willkommen zurück bei Dragon Guard 3. So, ich drücke mal hier den Vers 6, dass das eingestellt ist, das ist super. So, äh, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt gerade sehr gut spielen werde, weil es ist schon eine Weile her, dass ich Dragon Guard 3 gespielt habe, weil ich mich grundsätzlich auf Nier Gestalt konzentriert habe. Aber da ich jetzt Nier Gestalt abgeschlossen habe, kann ich mich jetzt voll fixieren auf Dragon Guard 3. So, die nächste Mission wird eine spezielle Mission sein, denn wir werden uns, äh, ja, an der Schwester vorrechen. Es ist Zeit, sie zu bezwingen. So, mal schauen, wie diese Steuerung noch funktioniert. So, sicher, Moment mal, das ist doch, ja, das weiß ich ja schon. Achso, nee, das ist, wenn man, äh, Viereck gedrückt hält, dann kann man das so markieren und das sehr, sehr schön. Kann man so markieren, das ist super. Ah, das war jetzt, erst jetzt der Fall, okay. Ja, wie Viereck kann man die Sachen hier markieren und dann auf alle schießen. Ja, wir sehen, oh, super. So, das, hm, ich muss jetzt, wie kann ich denn jetzt ausweichen, damit Kreis ist sicher was, aber ich dachte, mit R1 wäre auch nur was. Aber so wie es aussieht nicht, nein. Aber das Problem ist, ich muss mich jetzt gerade sehr, sehr konzentrieren, das heißt, ich kann nicht gerade so, äh, ja, etwas sagen zum Text, die die reden, weil, oh, boah, weil, äh, mit dem Drachen hier irgendwas zu machen, das ist echt übel. Okay, ich dachte mir, mit R1 könnte ich auch nur rausweichen, aber das ist wohl nicht der Fall, oh Gott, ich will noch mehr. So. Das ist ja R1, aber das funktioniert nicht. Nein. Oh Gott. Ja, ich bin so schlecht. Okay, geht eigentlich noch. Boy, those are some big clouds up ahead. Weird. A little too weird. It's weird. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Haben wir so eine riesige Wolke vor uns und man sieht nichts. Zero, it's snowing too hard to see up ahead. Ja, ich werde jetzt aber so abschießen. Oh, scheiße. Kaputt. Nein, ich hasse diese. Tritt die einfach nicht. Oh Gott, er lebt ihn mir noch. Oh. Ah, der war ein Freund zu weit weg, nehme ich mal an. Oh Gott, okay, wenigstens alle wibeln. Ja, sie hat nichts mehr zu gehen. Wir versuchen sie zu sprechen, okay? Was? Sie sind sie. Wenn ihr euch reden könnt, wir können uns besser verstehen. Wir müssen uns besser verstehen uns besser. E? Warum bist du 4-0? Ist es personal? Personal? Right. Oh, komm schon. Oh Gott. Ich hasse die steinwerfenden Drachen. Die gehen mir so auf den Sack. Die nerven echt. Ach nö. Das war genau der Drache am Schluss, der mir jetzt noch gefehlt hat. So wie es aussieht, macht es nicht allzu viel aus. Denn wir haben es geschafft. Auf jeden Fall die erste Phase. Und jetzt, meine Wehwart-Sister endlich kommt. Ja, es dauert einen Moment. All your chicken shit running around didn't help. Sit still so I can kill you quick. I-I have no wish to fight you, sister. Oh? Don't you know how much I admire you, Zero? I always have. This can't end in bloodshed, it can't! You bet your ass it can. You think I came all the way here for a fucking picnic? I'm not leaving until I've strewn your virgin guts all over the goddamn snow! You can't! You can't! You can't! the fourth song impenetrable shield of antiquity the rare power granted to our own the stout citadel that protects us Oh, die Musik ist geil. Jo, also wir haben hier Drachen, aber die kann man nicht anvisieren, so wie es aussieht. Das heißt, man kann sie irgendwie auch nicht töten, nehme ich mal an. Auf jeden Fall hat sie hier so Kanonen hier noch bei den Geschützen, die dich angreifen, ist aber nicht, ja, ist nicht unbedingt so dazu gedacht, dass man sie auch tötet. Man kann auch nur ausweichen. Aber das Problem ist jetzt hier, man hat da so solche Türme, die dich so reinziehen und du musst so schnell wie möglich dieses Zeug hier zertrümmern. Ach so, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, so schlecht, so schlecht. Oh Gott. Da muss ich mir ein bisschen heilen. Äh, heilen bitte. Warum geht das nicht? Also, irgendwie spielt mein Controller gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber, geil. Ah, das war einfach. Das ist das, was du wirklich bist. Wir müssen finden eine Chance für eine Chance für die Frieden. Für die Drogen, das ist das, wenn es nichts mehr gibt. Oh, du schluckst, schon. Wenn ich hier hier bin, meine Geistin will schnell folgen. Und Entonor und ihre Geistin sind mit einem Mistikal. Eine Mistikal? Es heißt, Sex. Es gibt nichts Mistikal. Jangan, nicht sagen solche Dinge zu mir, Frau. Außerdem, ihr Geistin wird dir gut. Ja, komm schon. Diese blühen Kanonen unten. Der hat mich... Oh Gott, glaub ich die Tod. Ach, scheiße, ich bin, glaub ich, tot. Nein! Hä? Ich hab's geschafft. Oh, das war knapp, ey. Ich hab irgendwie nur zwei Sekunden gehabt oder so. Dann wäre ich in den Turm hineingezogen. Und da wäre ich tot. Aber nein. Ich werde nie geschlagen werden. Boah. So, an der nächsten Phase noch. Und dann ist es Zeit, unsere Schwester zu sehen. Ha, ha, ha. Der macht irgendwie so flächenschadenmäßig Zeug, aber er ist einfach zum Ausweichen jetzt. Dann sieht er so, solche Strahlen, da kann man ausweichen und schon ist gut. Dann wieder weiter draufballern. Wow. Ach so, scheiße. Das ist so nervig, wenn das so weit weg ist. Das ist bereits Zero. Sorry. No candy. Ich kann dich nicht bewegen, Zero. Ich will dich nicht bewegen. Okay, bei mir. Dann werde ich dich ohne Bewegen. Und dann. Nein. Nein. Alles nochmal für vorne. Ach man, ich habe das nicht gesehen, dass er so viel auf einmal kommen. Das ist Starfleet-Checkpoint. Ich habe nicht gesehen, dass so viel auf einmal kommen. Ach nee. Das Ganze noch einmal. Ach nein, nur hier? Oh, das ist geil. Das ist echt mühsam, weil er so weit hinten ist. Was ist denn so schlecht, habe ich das Gefühl? Wow. Au. Au. Okay, das ist ihr Ende. Oh yeah. Und sie ist besiegt. Die zweite Schwester beißt ins Gras. Nehme ich mal an. Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Du bist hier. Du bist zurück. Es ist wirklich du, nicht wahr? Was ist passiert? Was ist mit unseren Schwestern? Wo sind sie? Alles wird okay sein. Wir müssen noch mehr fighten, Zero. Alle anderen warten für dich. Wo sind sie warten? Hahahaha. Danke für die Information, Pippchen. Hahahaha. Nein, ich dachte, du bist zurück. Hahahaha. 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 ja so wie es aussieht ist unsere Drache eine Stufe aufgestiegen und das heißt dass irgendwas Spezielles auch noch kommt was aufgestiegen ist oh yeah ihr wisst es ganz genau was ich meine auf 5.900 Gold schön haben wir einiges Gold schon schon wieder eine Koppa Bonus haben wir nichts aber dafür haben wir Dekarus ja danke für die Waffe Mikhail ist ja ist aufgestiegen in seine zweite Form und dazu auch noch unser Schwert Zero's Blade ist now Level 2 oh yeah das ist geil und wir hatten äh 4s Airship ja genommen ok äh was ja was was ich mit den hier ähm ja Request ich glaube ich werde die Request jetzt einfach ein bisschen auf die Seite liegen und dann einfach ja sehr viele Request dann auf einmal machen weil oh ich weiß nicht ich habe oh ok wir haben jetzt zwei Dito und Dekarus so gehen wir mal rein was ist denn er ist ein Gentleman und innerlich ist er ein Masochist der ja irgendwie Schmerzen liebt oder so boah ok äh Change Weapons da können wir jetzt was genau mit Viac haben wir jetzt noch so eine komische Klaue können wir jetzt auch einsetzen und draufhauen und hier kommt dann auch noch eine was ist das keine Ahnung äh was haben wir denn jetzt wie stark ist denn die Zero's Blade jetzt wir haben das hier mit Power 70 und oh ho 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 hat jetzt auch 70 das ist super das ist echt super wir rüsten wir das mal aus ok bei Weapons oh eine neue schöne Lanze die gehört uns oh yeah brauchen sowieso noch alle Waffen damit wir ein Ending freischalten können so er hat 88 Schaden der hat 106 ist mittel und der ist schwer müssen die mehr dann die mal ok das ist jetzt mal gut äh wir haben noch ein Item benutzt das würde ich eigentlich gerne wieder oder auch nicht 6 Copper Base 99 kann man tragen das ist schön ok ähm was haben wir denn sonst noch was haben wir denn ah jetzt sind wir schon in Kapitel 3 Vers 1 das ist schön ok dann würde ich mal sagen das war es schon mal wieder für dieses Video leider nur eine Quest im Behalten aber dafür haben wir eine Schwester weniger die auf die uns auf die Lauer geht bäh so danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal werden wir das Kapitel 3 anfangen wir sollen mal schauen wohin das geht ich glaube in in the land of the forest also in ins Land des Waldes anscheinend weil dort sollte ja die 3 sein und die 2 ist dann in Land of Seas äh Land of Sands so habe ich das auf jeden Fall noch mitbekommen vorhin und da werden wir mal schauen wieso Land of Forest aussieht so danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dragon Guard 3 bei